Seid mir gegrüßt, meine lieben Anime-Fans. Die Winter-Season neigt sich dem Ende zu und wir haben das Ganze mal ein wenig aufgeschlüsselt. Was waren die Top-Anime, was waren die Flop-Anime, die uns dann doch eher enttäuscht haben, abgeschreckt und zum Droppen gebracht haben. Wir haben das Ganze natürlich ein bisschen subjektiv bewertet. Kaisens Meinung, der natürlich wieder mit von der Partie ist. Schaut gerne mal auf deinen Kanal vorbei. Du bist der Subjektivste, den ich kenne. Und wir haben natürlich auch alles mit unseren Communities ein bisschen abgegleicht, das Ganze dann nochmal ausgelost und sind dann am Ende auf ein paar Anime gekommen, die dann die meisten dann doch nicht so toll fanden. Die, die wir toll fanden, die könnt ihr natürlich dann im Top-Podcast euch anhören oder ansehen und natürlich auch auf YouTube-Music. Falls ihr Bock habt, das alles als Podcast zu hören, da habt ihr quasi die YouTube-Premium-Funktion völlig kostenlos und meistens habt ihr die App ja sowieso schon auf dem Handy. Wir beginnen mal mit dem ersten Anime und ich würde mal vielleicht auch sagen, vielleicht ein bisschen zu brutal gewertet, wenn man hier von einem Flop spricht. Es ist ein Isekai und wir können festhalten, es ist natürlich ein Isekai für Kinder und zwar Fluffy Paradise. Für Kinder? Ja, doch. Ich denke schon. Was hast du gesehen? Alles. Alles? Ja. Das Ende? Ja. Für Kinder? Weiß ich nicht. Ja gut, das war kompliziert, das Ende vielleicht. Das ist dann Shiros Reise ins Zauberland für Kinder, weißt du? So danach verstört werden für Kinder. Aber ja, die müssen, die Balgen müssen auch mal lernen, dass das Leben hart ist und nicht nur es sich um Knuddeln dreht. So ist es nun mal. Ja, aber das ist ja im Grunde der Hauptfokus an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube auch, der wäre nicht so schlecht bewertet, wenn die Protagonistin einfach zehn Jahre älter wäre. Ja, dann wäre das vielleicht für die meisten interessanter geworden. So kann man sich vielleicht nicht mit einem kleinen Mädchen identifizieren. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Isekai? Die gute Midori stirbt leider viel zu früh, mit 27 Jahren natürlich wieder totgearbeitet. Man kennt das so. Wird als kleine Herzogstochter wiedergeboren und bekommt natürlich vom Gott der Schöpfung einen super Skill, den sie sich ausgesucht hat. Etwas, was sie in unserer Welt nicht konnte, nämlich ganz viele fluffige Tiere streicheln. Also hat nicht unbedingt mit Pelz und Fels zu tun. Sie streichelt so ziemlich eigentlich alles in dieser Serie. Und hat auch halt damit einen guten Draht zu allen möglichen Bestien und Monstern und so weiter. Und bekommt auch den Auftrag, die Menschen und, ja, ich sag mal, die anderweitigen, wie Monster, Tiermenschen und so weiter, wieder zusammenzuführen. Und bekommt, da sie ja eine Vierjährige ist, die ganze Zeit, dann kurzzeitig dann noch fünf wird, natürlich jede Menge Hilfe von älteren Charakteren. Und für sich kann man auch sagen, es ist jetzt nicht so die spannendste Story, die wir dort haben. Äh, die meisten Monster werden auch sehr, eher verniedlich dargestellt. Also hier die Goblins sind jetzt nicht irgendwie Goblin Slayer oder, äh, Reinkernit, also Sword-mäßig. Sondern das sind halt eher so, ich weiß nicht, wie bei, äh, Krimgar Ashes and Delusion, wo die eher so cute, äh, lustig ausgesehen haben. Obwohl sie ja auch brutal waren. Ja, also, nicht der beste Vergleich, aber ja, vom Aussehen vielleicht, vom Aussehen, aber, äh, nicht von dem Falten. Ja, aber ansonsten, äh, kann man machen. Ich fand das Ending cool mit diesen, was war das auch, so eine Stoffpuppe oder so etwas. Ja, das war süß. Mit diesen Filzpuppen, das war schon gut gemacht mit diesen Stop-Motion. Das hat mir gefallen, aber ansonsten kann ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Anime ist, der mich komplett abgeholt hat. Ähm, war okay. Äh, aber halt wahrscheinlich kein Top und für viele war es halt eher ein Flop. War es auch für dich ein Flop? Ich fand den eigentlich am Anfang recht süß. Also, gerade das Opening sah halt auch ziemlich animationstechnisch gut aus. Es ist halt schwierig, am Ende diese anfängliche Prämisse, diese anfängliche Idee durchzuziehen. Weil es ging halt eigentlich am Anfang nur darum, okay, es gibt ein neues Tier und das wird halt geknuddelt. Und das kannst du nicht für zwei Folgen machen. Und deswegen hat man dann eine zusätzliche Story gefunden und... Das war dann doch schon meiner Meinung nach ziemlich brutal. Also, es war dann schon so ein Stimmungswandel, ähm, der dann da war. Ja, deswegen. Also, da muss man halt drauf Bock haben, so nach dem Motto. Ist halt in der Hinsicht so ein bisschen schwierig gewesen. Und ich glaube, das größte Problem von dieser Serie für viele, ähm, zumindest Isekai-Fans ist, es geht eben, wie du schon gesagt hast, nicht in die typische Richtung. Wir haben nicht einen 15-jährigen Dude, der irgendwie OP wird durch einen dummen Zufall und dann jetzt alle wegballert. Sondern wir haben ein kleines Mädchen, was halt zwar besondere Fähigkeiten hat und zwar sich mit Tieren gut verstehen kann und dadurch halt gewisse Gefahren auch abwenden kann. Aber man merkt es auch eindeutig nicht allmächtig ist. Also, ähm, am Ende des Tages immer noch ein kleines Mädchen ist, was vielleicht ein bisschen Grips hat. So nach dem Motto mehr, aber am Ende des Tages auch nicht. Und, äh, deswegen sind, glaube ich, viele Isekai-Fans im Allgemeinen nicht unbedingt wahnsinnig begeistert gewesen von dieser Serie. Ähm, und wie gesagt, wer, wer halt einfach nur eine Cute-Doing-Cute-Girls-Doing-Cute-Thinks-Serie sehen will, da waren die letzten Folgen dafür vielleicht auch ein bisschen zu brutal. Deswegen, also, es ist immer so ein bisschen schwierig. Man könnte jetzt der Serie vorwerfen, dass sie nicht weiß, was sie sein will. Ja, aber ich glaube, wir würden wahrscheinlich das Gleiche sagen, wenn sie die ganze Zeit jetzt für zwölf Folgen, äh, irgendwelche Tiere geknuddelt hätte, dass wir gesagt hätten, meine Güte, also denkt ihr mal was anderes aus. Also, die Serie hat es nicht leicht, aber, ähm, ja, ist halt, ist halt, hätte halt so ein bisschen, bisschen Basher werden können. Es ist jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, der, der Flop, der Flops, wo man jetzt eindeutig drauf sein kann und sagen kann, oh mein Gott, habt jetzt sofort Abstand. Aber ich glaube, das wird leider so einer dieser Anime sein, wo man nach der Season halt nicht mehr groß dann denken wird. Ja, also, ich hatte auch eher weniger mit Cute-Girls-Doing-Cute-Things, dafür haben wir ja auch nur sie als kleines Mädchen. Wir haben dann eher auch wieder so diese Isekai-Komponente, dass sie da umgeben ist mit gut aussehenden, jungen, erwachsenen, äh, Jungs, Männern. Ähm, aber da geht es natürlich nicht komplett in der Romans-Richtung, da braucht ihr keine Angst haben. Positiv möchte ich in dieser Serie erwähnen, das ist mir nämlich so in der letzten Folge aufgefallen, kein CGI und auch kein CGI bei den Pferden. Und da könnte sich sogar so etwas wie die Tagebücher der Apothekerin abschneiden, wenn da wurde CGI für die Pferde benutzt. Ähm, das, äh, auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Aber ansonsten, ich glaube, keiner tut sich weh, wenn er sich den anschaut, äh, aber es wird jetzt auch nicht irgendwie der neueste Hype-Isekai werden. Ähm, so viel sollte klar sein. Ja, muss man Bock drauf haben, denke ich. Dann kommen wir zu einem weiteren Hype-Isekai, die sind immer gut in den Tops, äh, in den Flops vertreten, irgendwie gefühlt. Äh, aber das wird ja auch am meisten geschaut. Wir kommen zu einem Hype-Isekai, den sogar ich nach Folge 2 droppen musste. Ja, also es hat mich quasi in der zweiten Folge gezwungen zu droppen. Ja, wie lange hast du ihn eigentlich geguckt? Ich hab ihn, glaub ich, drei Folgen, äh, geschaut, bis dann ADN mich davon abgehalten hat, ihn weiterzuschauen. Der Anime war so beliebt, dass, äh, es vielen Leuten nicht aufgefallen ist, außer einem, der mich dann angeschrieben hat, dass eine Folge für sechs Tage nicht verfügbar war. Also, der hatte extreme Probleme bei ADN. Äh, keine Ahnung, Material nicht bekommen. Also, ADN ist teilweise leider echt noch in seiner Beta-Phase, wo manche Folgen einfach, also, da, da funktioniert scheinbar so viel, hab ich Insight bekommen, da das System noch nicht so hundertprozentig, da dass sie halt gedacht haben, die Folge ist freigeschaltet gewesen, aber war nicht freigeschaltet gewesen. Also, das machen die halt automatisch, dass die hochgeladen wird. Meiner Meinung nach, wenn du ein neuer Streaming-Anbieter bist, du besser sein willst, als ein Aniverse, der dafür bekannt ist, da, dass die Folgen nicht rechtzeitig hochladen und dafür schon fast ein Meme entstanden ist, also, dass sich der, weiß ich nicht, der der Shadow mal wieder verspätet oder sowas, oder auf einem Feldzug ist oder so, dann sollte man, wenn man zehn Anime oder sowas hat, also, jeden Tag vielleicht ein oder zwei Anime hochlädt, eine Minute später vielleicht mal kurz kontrollieren, ob das automatische System funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber nun, wie gesagt, sie sind in der Beta-Phase, also, hoffentlich wird sich das noch verbessern. Manchmal hatten sie keine Untertitel bei Ponomichi, da lag es dann nicht an dem System, was nicht funktioniert hat. Aber ja, deswegen bin ich ganz ehrlich, ist der Anime auch dann aus meinem Gedächtnis rausgekommen. Wir hatten ja auch diese Zensurthematik in Folge 1, dann aus irgendwelchen Gründen war dieser schwarze Balken dann auch in den weiteren Folgen, obwohl es dann nichts zu zensieren gab. Also, die ganze Zeit war irgendwie links und rechts irgendwie teilweise das Bild abgeschnitten, wo ich mir so gedacht habe, was ist los? Und ich bin ganz ehrlich, das war so ein Isekai-Anime, der durch ADN, aber auch allgemein komplett untergegangen ist. Also, das war nicht mal so einer, der von Isekai-Fans gepusht wurde. Das Opening ist ganz nice, aber mal abgesehen davon. Und deswegen habe ich da auch gedacht, okay, also, das kannst du dir nicht weiter antun. Deswegen, also, da habe ich es dann gelassen. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie später jetzt noch eine große Entwicklung durchgemacht hat, wo man jetzt denkt, oh mein Gott. Wie gesagt, vielleicht für mich das größte Problem, das kann man sagen, wer halt OP-Protagonisten nicht mag, der wird diese Serie auch hassen, weil unser Protagonist kann jeden Gegner einfach nur, dass er sagt, stirb, geht er halt drauf. Und das führt halt zu Spannung, die halt nicht existent ist. Deswegen, das ist für mich das größte Problem, ob man ihn dadurch noch irgendwie überlisten kann, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass man ihm den Mund stopft oder sowas. Ich weiß gar nicht. Oder ob er es vielleicht nur denken kann und das reicht. I don't know. Aber das war für mich so ein bisschen das kleinste Problem. Also, in letzter Zeit habe ich mich so ein bisschen mit OP-Protagonisten angefreundet, aber komplett übertreiben sollte man es nicht. Besonders, wenn es halt so langweilig aussieht. Also, einfach nur, wenn man sagt, stirb und die Sache hat sie erledigt. Wenn wenigstens irgendwie die halbe Welt untergeht, dann kann ich ja noch das nachvollziehen. Aber das war ein bisschen langweilig. Aber so ist es nun mal. Ja, ich glaube, bei OP-Protagonisten kommt es auch stark darauf an, ob die sympathisch sind. Bei Tsukimishi im Moonlit Fantasy finde ich das zum Beispiel sehr sympathisch, dass er völlig overpowered ist. Oder auch bei meiner Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, weil Remu halt sympathisch ist. Also, da funktioniert das. Bei dem Protagonisten hier, dem guten Yogi Ri, war das eher nicht der Fall. Übrigens, Fun Fact, er ist nicht overpowered, weil er in die Isekai-Welt kommt, sondern er war das irgendwie vorher schon. Mehr habe ich aber auch nicht so wirklich mitbekommen. Meistens ging es in den Folgen darum, der guten Tomochika vorzuschlagen, gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr zu haben. Das fand ich sehr bedenklich. Und dass es nicht wenig passiert. Also, ich glaube, irgendwie jeder männliche, andere Charakter, außer der Protagonist, hat das ihr vorgeschlagen. Folge 1 ging noch, wo ich gesagt habe, okay, mit so einem No-Brainer, den zieht man so durch. Folge 2 war eine Katastrophe. Da taucht auch dieser Geist auf. Dann taucht noch ein Meka auf. Dann war die ganze Welt komplett ruiniert. Und du hast überhaupt nicht mehr kapiert, um was es geht. Außer halt die Angebote für Tomochika. Und dann habe ich gedacht, nö, das muss jetzt nicht sein jede Woche. Und deswegen habe ich auch von dem Fehler gar nichts mitbekommen. ADN ist noch ein bisschen problematisch. Ich glaube, dass da auch die Kommunikation noch nicht so ganz gegeben ist. Denn ich weiß, dass bei einer Folge Demon Slave, und ja, Leute, über den sprechen wir in diesem Podcast auch noch, einfach vergessen wurde, die Folge hochzuladen. Das wurde mir so aus offiziellen Quellen berichtet. Und ich musste auch das ein oder andere Mal bei Uro Seriatsura nachfragen, wenn die Folge auch 10 Minuten danach noch nicht verfügbar war. Und dann kam dann auch kurze Zeit dann die Info zurück, ist jetzt verfügbar. Und es war nicht nur 10 Minuten danach. Also wie gesagt, es ist manchmal echt wirklich Stunden oder Tage. Also wir sind jetzt hier nicht Leute, die jetzt sagen, bei Quantsch wohl nach 5 Minuten sind die Untertitel nicht da. Und wir schreiben gleich einen Kommentar. Versteht uns da nicht falsch. Solche Sachen können ja passieren. Oder es kann sich mal verspäten. Gerade Quantsch wohl hat ja den Vorteil, du kannst ja theoretisch auf Englisch umschalten dann, dass du einfach das Ganze mit englischen Untertiteln schaust. Das können die meisten ja. Aber wirklich für Stunden oder Tage lang nicht verfügbar, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Besonders, wenn du am Ende des Tages vielleicht ein Universe ablösen willst. Und das war eigentlich der größte Kritikpunkt an Universe, neben dem Doppelabo. Deswegen, also da muss man einfach Besserung geloben. Besonders, wenn man es ja hinkriegt. Also wenn man die Folgen auch da hat. Ich kann es ja verstehen, wenn es irgendwelche komischen Probleme, Lizenzprobleme mit Japan gibt, angeblich Peppermint. Keine Ahnung, welchen Zulieferer man dann immer hatte. Das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen. Ich hoffe, in der nächsten Season kriegen wir das Anymore für Kette, dass die Anime auch zur richtigen Zeit starten. Aber wenn die Folge vorliegend ist, dann ist es einfach nur peinlich. Muss man einfach sagen. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht entschuldbar, weil, wie gesagt, es ist nicht wie bei Crunchwool 50 Anime oder 50 Folgen, die irgendwie pro Woche hochgeladen werden, sondern es sind wirklich 10 Folgen. Du kannst bei jeder Folge kurz danach dir einen Wecker stellen und kontrollieren, ob die da ist. Und das sollte in der heutigen Zeit nicht zu viel verlangt sein. Ja. Muss man einfach so sagen. Und das ist so ein bisschen schade, aber das wird sich hoffentlich alles bessern. Also ich gehe mal davon aus, so wie wir jetzt ADN erleben, ist das der schlechteste Stand. Und es wird hoffentlich deutlich besser werden. Allein, wenn sie schon Social Media Manager dann irgendwann mal haben. Ja, da hoffen wir und drücken halt die Daumen. Ja, vielleicht ist es einfach bei der My Instant Debt Ability so gewesen, dass da halt kaum jemand nachgefragt hat. Du hast es ja schon erwähnt, so beliebt war dieser Isekai, dass es halt dann so lange gedauert hat. Bei Ursa Jatsara hat man halt ja Glück gehabt, dass ich dann immer direkt nachfrage, wo die Folge denn bleibt oder warum die nicht verfügbar ist. Ist halt schwierig bei ADN noch. Und ja, auch das System spielt natürlich eine Rolle. Und wir werden das Anfang April auf Crunchyroll wieder erleben, dass da Folgen halt vielleicht erst ein paar Stunden später kommen, weil das System halt mit diesen neuen Folgen auf einmal halt alles nicht so wirklich zurechtkommt. Aber irgendwann ist natürlich auch diese Welpenphase vorbei und dann muss man halt nachfragen, warum funktioniert das jetzt nach ein, zwei Wochen immer noch nicht so ganz. Genau. Und man darf nicht vergessen, letzter Satz dazu, wir sind hier die Insider, die Experten in gewisser Weise, die halt dann Leute anschreiben können oder überhaupt auf Twitter dann Stunk machen können und dann wird es sich ändern. Die meisten Leute konsumieren das einfach passiv und denken sich, wo ist die Folge? Also, und, und, äh, hä, warum ist jetzt seit Tagen keine Folge? Und die ignorieren es dann einfach und dann brechen sie halt vielleicht den Anime einfach ab, weil sie sich sagen, ja, okay, hat sich erledigt. Deswegen, also das ist einfach eine Sache, wenn uns das auffällt im negativen Sinne und wir da keine wirkliche Entschuldigung für finden können, dann muss man das verbessern. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird sich verbessern, da bin ich großer Hoffnung. Sie haben ja wenigstens deutsche Untertitel, das ist ja wenigstens eine Sache, die man sagen muss. Ja, das ist fantastisch. Vor allem bei Urusayazora kann ich nur positiv erwähnen. Dann kommen wir zu einem Anime, der auch einen Simuldab Day One bekommen hat. Du warst sehr, sehr begeistert davon, von jeder Folge. Ich nicht so, ich fand's auch extrem langweilig. Metallic Rouge. Ich möchte dazu sagen am Anfang, ich habe mehr erwartet. Ich habe eher so ein bisschen Lycoris Recoil erwartet. Achtung, Vorsicht jetzt, nicht von den Animationen her oder von der Story her, sondern im Zusammenspiel der beiden Protagonistinnen, nämlich hier Rouge und Naomi. Und das hat auch nach der vierten Folge nicht so wirklich bei mir gefunkt. Also ich habe mir da eher so ein bisschen Shisato Takina-Vibes gewünscht. Jetzt nicht so krass in Richtung Girls Love, aber halt zumindest Best Buddies oder so etwas. Ich weiß nicht, irgendwie kamen die auch nicht so miteinander klar. Kann sein, dass das im späteren Verlauf der Fall ist. Aber er wurde auch bei den einschlägigen Portalen nicht so gut bewertet. Und auch meine Community hat eindeutig gesagt, das war dann eher ein Flop. Auch mit deutscher Synchro war das nicht so wirklich der beste Anime, den man sich vorstellen kann. Wie ist deine Begeisterung? Wie hat sich die entwickelt? Also, wie gesagt, ich muss dazu sagen, er hat so ein bisschen abgebaut, das ist eindeutig. Ich glaube, viele mögen einfach nicht Power Rangers beziehungsweise haben den als Mecha-Anime bezeichnet. Bei Power Rangers kann ich so irgendwie nachvollziehen, der Vergleich als Mecha-Anime, den zu bezeichnen. Also, holy shit. Da sollte man vielleicht seine Vorurteile gegenüber Mecha so ein bisschen abbauen damit. Also ich habe einfach mal wieder Bock auf eine Sci-Fi-Anime. Und er hat, finde ich, mit dem Setting, der das auch geliefert am Anfang, da war ich auf jeden Fall ziemlich begeistert davon. Ich liebe die Musik, die Animationen finde ich auch gut. Ja, es sind nicht die besten Animationen, aber man muss trotzdem fairerweise sagen, aus der der Season, und so vergleiche ich es dann, ist das immer noch einer der bestanimiertesten Serien. Sie haben jetzt abgebaut mit den letzten Folgen, da waren manche Szenen dann nicht mehr so dolle, so hundertprozentig. Manche aus irgendwelchen Gründen extrem gut animiert. Also es gibt so eine berühmte Korridorszene, kann man sich mal auf YouTube anschauen. Hat Crunch wohl auch selber hochgeladen. wo die Animationen aber einfach nur weird aussehen. Also die Grimaschen halt wirklich so, wo man sich so denkt, ey, da hätte man doch einfach nur das machen können, das sähe besser aus, so nach dem Motto. Aber ja, also der hat leider ein bisschen abgebaut. Ich würde ihn persönlich jetzt nicht als Flop bezeichnen. Es ist halt schwierig, weil er wirklich ein riesiges Fass aufmacht, was er wahrscheinlich schließen will. Also gehe ich mal einfach davon aus, dass er dann sagt, okay, dann war es das dann auch mit 13 Folgen. Weil mit Robotern, mit Aliens, mehreren Planeten, ein Sci-Fi-Setting zu etablieren. Einer Protagonistin, die vielleicht die Gute oder eher die Böse ist. Dann mit Verrat und, also, schwierig. Schwierig. Dann ganz viele Charaktere, die man um die Ecke bringen soll, die man auch schnell noch einführen soll, damit sie halt nicht irgendwie einfach nur wie dem Monster of the Week wirken. Also das war alles nie nicht so leicht, so nach dem Motto. Ähm, ja. Man hätte es besser machen können. Ich finde es durch die deutsche Synchro auf jeden Fall schaubar, immer noch. Ähm, deswegen, also, muss halt jeder selber entscheiden. Ich finde halt, ich finde das OST halt einfach fantastisch. Und dadurch war jeder Kampf einfach in der Hinsicht, ich fand es super. Und das haben sie auch tausendmal verwendet. Also das ist vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch sagen muss. Alter, ich weiß, ihr habt einen guten Soundtrack gemacht. Also Soundtrack in Anführungsstrichen einen, einen Track halt. Aber denkt euch doch noch einen zweiten aus. Und nach dem Motto, wäre doch vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn man schon die Leute scheinbar hat, ja, für die diesen Soundtrack bekommen, dann kann man doch vielleicht einen zweiten oder einen dritten machen. Muss ja nicht, nicht so aufwendig sein mit so Stimmen oder sowas. Aber dass man sich zumindest ein bisschen was anderes ausdenkt. Weil man hat den in jeder Szene eigentlich verwendet. Also, in irgendwie traurigen Szenen hat man den verwendet. In epischen Szenen. Klar, man hat ihn auch immer angepasst. Und er hat super gepasst. Auf jeden Fall. Aber nach dem sehnten Mal ist es einem dann doch ein bisschen aufgefallen, dass man sich so gedacht hat, okay, Leute, habt ihr nicht ein anderes Stück. Aber, ähm, ja, also, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden mit Metallic Rouge. Aber das wird wahrscheinlich so eine Serie sein, die man nach der Season leider vergessen wird. Also, da hoffen wir auf einen stückchen besseren Sci-Fi-Anime beim nächsten Mal. Dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Season, wenn da mal irgendwas mal wieder kommt. Ich hab nur Angst, dass der noch vorher einen Disc-Release bekommt, bevor, äh, My Dress-Up-Darling einen bekommt oder Le Corus Recoil. Das wäre dann wieder so ein Klassiker Crunchyroll-Move. Ähm, aber ja, am Ende, wie gesagt, wenn, wenn, wenn das selbst mich nicht abholt, zu sagen, ich guck den weiter, es hat ja eine deutsche Synchro, ich brauch mich nicht drauf konzentrieren, dann, dann war es das halt am Ende auch nicht. Naja. Äh, kommen wir zum nächsten Anime, über den du uns etwas erzählen musst, weil ich kein Disney Plus hatte und da gar nicht reingeschaut habe, und zwar Ishura. Das einzige, was ich eigentlich wissen will, ist, äh, äh, unsere Doppelzopf-Elfe aufgetaucht. Ja, die ist aufgetaucht, die war auch ganz süß, so nach dem Motto, also, das kann man auf jeden Fall sagen. Das große Problem ist nur, am Ende des Tages vielleicht Screentime von jeder Dame, die, oder von jedem Charakter, eine Folge. Wenn man das jetzt zusammenrechnet, wenn man jetzt jede Szene dann so rausschneiden würde, und das ist so ein bisschen das große Problem. Dieser Anime macht, was wir bei Spy Classroom wollten, und zwar jeden Charakter ausführlichst vorstellen, auf die ausführlichste Weise. Was gut ist, das Problem ist nur, ohne zu viel zu verhandeln, es soll ja darum gehen, dass der neue Held gefunden wird, beziehungsweise der Held, der angeblich den Dämonenlord besiegt hat, weil es wurde der Dämonenlord besiegt, aber man weiß nicht von wem. Und deswegen soll es ein großes Turnier geben, wo man eben dann herausfindet, wer dann dieser Held ist, beziehungsweise derjenige, der dann das Turnier gewinnt, der soll dann der Held sein, der den Dämonenlord besiegt hat. Das Problem ist nur, ohne zu viel zu beraten, dieses Turnier findet in der ersten Staffel nicht statt. Und das könnte gar nicht so schlimm sein, weil es eigentlich von der Idee her gar nicht so schlimm ist. Man sucht jetzt diese Kandidaten, stellt diese langsam vor, was ja wie gesagt besser ist als bei Spy Classroom. Da fanden wir es ja auch nicht gut, dass man gleich in der dritten Folge mit der Tür ins Haus fällt. Aber du steigst nicht durch. Und dieser Anime ist wirklich, also, und ich glaube, ich bin auch davon überzeugt, es liegt an den Direktoren, vielleicht auch an dem Originalwerk sicherlich, aber die Director, beziehungsweise Chief Director, also die verantwortlichen Typen dafür, die haben vorher nur Edgy gemacht. Und ich habe mich ja schon über die eine Edgy-Szene aufgeregt, dass die dann zensiert ist, obwohl der Anime extrem brutal ist, also irgendwie auf die brutalste Weise Leute gekillt werden und dann man aber trotzdem die Edgy-Szene zensiert, wo ich mir so denke, also, warum, aber da arbeitet halt der Director von Interspecies Reviewers dran. Und wir können, und von Miro Tides, mein absoluter Lieblingsanime, aber wir können ehrlich sein, Interspecies Reviewers, super lustig, ja, aber nicht unbedingt der beste Typ, um am Ende des Tages einen, weiß ich nicht, Turnier-Kriegs-Anime zu animieren, der zwar ein paar nett designte Charaktere hat, aber jetzt nicht unbedingt wegen den Edgy-Szenen überzeugt. Und um es jetzt auf den Punkt zu bringen, es entsteht dann, so viel kann man verraten, ein Krieg zwischen mehreren Nationen und da kommen halt die Helden auch, ähm, oder die angeblichen Helden dann, ähm, zur, zum Zug. Was vom Prinzip her ja eigentlich ganz nett ist, so nach dem Motto, als Vorbereitung für dann so ein großes Turnier, man sieht dann schon vorher die Leute und manche werden auch wirklich schon einen Kopf kürzer gemacht, was eine coole Sache ist, dass man sich das traut. Der Punkt ist nur, du steigst halt null durch. Und was so nervig ist, weil in der, sie, jede Folge wiederholen sie die Grundidee mit dem Turnier. Und sie müssten einfach nur eine Karte einblenden am Anfang, wo sie zeigen würden, okay, die Stadt wird gerade angegriffen und da sind die Helden auf der einen Seite und die Helden sind auf der anderen Seite. Dann würde man da deutlich besser durchsteigen, und das macht man leider nicht und deswegen habe ich mir die ganze Zeit gedacht, also, also kapieren tue ich das nicht. Leider meine Lieblingsdame, die gute Nihilo, die ist zwar mein Highlight gewesen, auf jeden Fall, wenn sie dann in ihren, äh, in ihren Roboter geht mit einer Darling-In-Fuengs-Pose ohne Klamotten, ist das schon ganz nett, kann man sagen, ja, auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall, aber, das reicht jetzt auch nicht. Also ein Charakter, der halt am Ende des Tages wahrscheinlich Screentime hat von einer Folge, wenn man alles zusammenschneit, das reicht nicht, um diese Serie zu schauen, ähm, ja, also es ist, es ist nicht, nicht dolle, muss man leider sagen. Ich habe da deutlich mehr erwartet, ähm, keine Ahnung, es, es war echt, also man steigt halt leider nicht durch. Die erste Folge ist wirklich krass, also stehe ich immer noch hinter, also das war wirklich, da war ich so, ich so, boah, what the, aber, ähm, ja, die anderen Folgen, beziehungsweise nicht. Also ich finde, man hätte sich, um das ganze Problem so ein bisschen zu lösen, du hättest dich auf zwei Protagonisten, ähm, fokussieren müssen, oder vielleicht maximal so ein Gegenteam vorstellen müssen, also ähnlich, wie man das vielleicht bei Gushing of a Magical Girls macht, dass du dann am Ende die Gegner hast, und die thematisierst du vielleicht so ein bisschen, ähm, und dann wäre es gut gewesen, und die hätten dann im Kampf, dann im Krieg gegeneinander gekämpft. Das wäre irgendwie cool rübergekommen, aber so, wie man es gemacht hat, also jeden zu thematisieren, und jeden am Ende des Tages unbedingt dann auch am Ende in diesem Endkampf drinne haben zu wollen, und das hat leider meiner Meinung nach nicht wirklich funktioniert. Wer solche Serien sehen will, die dann in dem Bereich besser sind, schaut euch die Fate-Reihe an, schaut euch Record of Ragnarok an, ich glaube, da seid ihr dann deutlich mehr zufrieden mit, oder auch in Drifters zum Beispiel, der ist dann auch in der Hinsicht ganz nice. Ja, ist halt dann auch teilweise wieder problematisch, dass man Disney Plus braucht, und Disney Plus halt meistens nicht viel mehr als einen oder zwei Anime zu bieten hat, die jetzt auch nicht unbedingt absolute Highlights sind. Ja, manchmal ist es das, aber oft halt eben auch nicht. Und dann, ich kann auch mehr dazu nicht sagen, ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn zu schauen, mit Disney Plus hatte sich das ein bisschen erledigt. Interspezies Reviewers hat zumindest eine super Story, die kann man nachvollziehen, das macht alles in sich geschlossen Sinn. Ja, schon, aber es ist halt von einem Bordell ins nächste gehen, das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber so ein Weltkriegsszenario zu machen, not easy. Ja, aber da du ja das Studio angesprochen hast, Passione, ich denke, das ist eine super Überleitung, weil wir hätten uns wahrscheinlich den linken Arm geopfert, wenn Studio Passione den nächsten Anime gemacht hätte, über den wir jetzt sprechen werden. Und der war nicht nur schlecht, der hat auch wehgetan. Und zwar reden wir hier von Chained Soldier, oder wie wir ihn nennen, Demon Slave. Ja, der Anime, auf den wir uns wahrscheinlich am meisten gefreut haben in dieser Season und was wir dann bekommen haben, gut, man muss sagen, die Trailer haben es ja im Grunde schon angekündigt, war, gelinde gesagt, eine Frechheit, muss man einfach dazu sagen. Vor allem, wenn man halt eben den Manga gelesen hat, hier im Crunchyroll Verlag und da durchblättert und schon merkt, wie das gut aussehen kann. Oder ich habe jetzt auch demnächst wieder Bilder vom Megami Magazin gesehen, und nutze hier auch ziemlich häufig, wie das hätte eigentlich aussehen können und wie es dann halt am Ende ausgesehen hat. Das, ja, das hat mich dann schon geärgert. Also, in fast auch jeder Hinsicht, ja, Charakterdesign, die Animation, CGI natürlich benutzt, wo es nur ging, wo man es hat einbauen können, war CGI zu finden. Und das Edgy, auf das wir uns natürlich gefreut haben, ja, sehr wenig und dann teilweise auch noch irgendwie zensiert, obwohl es unzensiert sein sollte, mit irgendwelchen komischen Lichtbällen, die auf einmal plötzlich aufgetaucht sind. Also, man kann festhalten, da wurde keine Liebe reingesteckt, oder was meinst du? Ich weiß, deine Meinung ist, man kann trotzdem Spaß damit haben, aber jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein. Ja, ich hatte trotzdem damit Spaß. Wie gesagt, ich bin zum Classroom of the Lead-Fan in dem Moment geworden, weil ich mich einfach darüber gefreut habe, die Charaktere reden zu hören und sie in Farbe gesehen zu haben. Deswegen, also, ich sag's immer wieder, wenn die erste Folge nicht so schockmäßig gewesen wäre und sie in die erste Folge mehr reingeballert hätten, ich glaub, dann wären viele nicht so wahnsinnig enttäuscht gewesen von dieser Serie, weil die erste Folge war halt voller 3D-Kämpfe und man muss auch sagen, ich würde gerne wissen, wie das Studio von Gagashing of a Magical Girls mit diesen ganzen 3D-Monsteren umgegangen wäre, das wäre sicherlich auch interessant gewesen, das dann zu sehen. Von den Edgy-Szenen wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, aber von den 3D-Monstern, ah, I don't know, aber, ähm, ja, wie gesagt, ja, auf jeden Fall animationstechnisch kann man da nichts gegen sagen, designtechnisch fand ich da das auch nicht so Wahnsinn. Wenn man halt die richtigen Screenshots gefunden hat, ich fand da das Design dann gar nicht so schlimm, das ist wie gesagt dann Geschmackssache, also ich fand, das hatte dann trotzdem, also zum Beispiel meine Tanker-Szene, die absolute Szene, ähm, die, die, die fand ich sogar ganz nett gemacht, weil, die war ja in einem dunklen Raum, ähm, und das hätte extrem schlimm von der Beleuchtung sein müssen, also dass ich da, wer weiß was, mit irgendwelchen Photoshop-Skills machen müsste, die nicht vorhanden sind bei mir, aber, ähm, die haben da extra so einen blauen Schein da drum gemacht, klar, da kann man jetzt sagen, äh, das sieht doof aus, wie gesagt, Geschmackssache, ich fand dadurch, war die Szene gut beleuchtet und dadurch konntest du das so schön auf Truda teilen, deswegen, also ich, war von dieser Tanker-Szene, äh, begeistert, ich, ich mag, äh, wie gesagt, der, der Punkt ist, der Manga ist halt so gut, dass er halt auch durch den Anime, durch die, die schlechte Adaption durchgescheint hat, bei mir zumindestens, äh, andere können wieder sagen, ja ne, für mich ist es in der Hinsicht gerade eine Enttäuschung, weil halt der Manga so gut ist, das kann man halt sehen, wie man will, ähm, aber ja, verbessert ist, dass sie sich so sagen, ja, come on, lass mal, lass mal noch ein bisschen was machen, äh, vielleicht ein paar Zensursachen wegmachen, ein bisschen, äh, Sachen, ich hab aber weniger Hoffnung, aber da werden wir vielleicht dann von Peppermint ein bisschen mehr erfahren, der soll ja bei uns mit Deutscher Sunko rauskommen, das wurde zumindest schon so indirekt halb angekündigt, also offiziell noch nicht so, aber, ich glaub, äh, die Animagic hat danach gefragt und bei denen wurde es halt bestätigt, ähm, und die haben darüber auch schon berichtet, deswegen geh ich mal auch davon aus, dass das dann so halb kommt, also ganz ehrlich, wenn selbst Helg rauskommt, also, dann, dann muss auch Chain Soldier rauskommen, ähm, aber ja, äh, lest den Manga, gönnt den euch auf jeden Fall, der ist super, ähm, ich hatte aber toll, also auch die Szene mit Coco, ey, oh mein Gott, Alter, die war einfach, die war einfach fantastisch, aber nun, ähm, aber nun, andere Szenen halt nicht, vollkommen richtig, ähm, aber, äh, ja, so ist das nun mal, so ist das nun mal. Ja, also macht euch da keine Sorgen, ich gehe stark davon aus, Peppermint wird den, ähm, rausbringen und der wird sich auch gut verkaufen, weil der große Vorteil vielleicht für viele, die den gesehen haben und sagen, der sieht gar nicht so schlecht aus, kennen halt wahrscheinlich einfach die Manga-Vorlage nicht, und die erkennen dann natürlich auch nicht, wo hier zensiert wurde, ich habe ja schon die Lichtbälle erwähnt, hier blaue Kreise, das hat jetzt zwar nichts zensiert, ähm, hin und wieder war auch mal, äh, eine Pflanze, äh, vor den Kirschen, ja, das ist im Kirschbaum auch nicht so schlimm, im Echi-Anime dann eher problematisch, ähm, einige anderen Szenen wurden katastrophal adaptiert, äh, die Yachio-Dusch-Szene zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, was das sollte, keine Ahnung, ja, sie setzt eine Fähigkeit ein, aber dieser Effekt ist auch nur unter der Dusche zu sehen, sonst existiert dieser Effekt nicht bei ihrer Fähigkeit, interessanterweise, ähm, Koko-Szene, ähm, da wird viel mit der Zunge gearbeitet, äh, da habe ich mir eigentlich auch nur gedacht, ähm, hat ja auch nur die Hälfte der Arbeit gemacht, da war sie deutlich gründlicher im Manga, ähm, weiß nicht, keine Ahnung, also, das sind halt so Sachen, die mir dann immer wieder mal aufgefallen sind, und ich war dann auch, ja, das hätte ich vielleicht auch nicht tun sollen, immer dann geguckt, wie, wie war das nochmal im Manga, ach ja, doch, war viel besser, ist, ist, da bin ich, da bin ich dann halt schon Hardliner, ja. Das muss man halt dazu sagen, bei den meisten Manga schauen, machen wir diesen Vergleich halt nicht. Ja. Deswegen, also das ist natürlich immer klar, wenn man das Originalwerk kennt, ich sage nur das beste Beispiel dafür, wenn ich mir das Charakterdesign von Dr. Elise anschaue, vom Manga, ist das halt wie Tag und Nacht, so nach dem Motto, im Vergleich zum Anime. Deswegen, also, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, man kann es erwähnen, folgt vollkommen richtig, äh, und weil wir ja den Manga so sehr mögen, müssen wir darauf auch auf jeden Fall eingehen, aber wir müssen der Realität auch ins Auge schauen, dass viele wahrscheinlich eben nicht den, äh, das Originalwerk vorher gelesen haben, weil aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen ist immer noch die Kluft zwischen Anime und Manga-Leser immer noch so riesig, also irgendwie, ich weiß es nicht, ich kapier's nicht, also das Interesse ist wirklich teilweise crazy, also dass Manga-Fans halt, was gar nicht an Anime interessiert sind und sagen, nee, Anime mag ich nicht, aus Gründen, und, äh, Anime-Fans halt so sagen, nee, lesen, lass mal, lass mal. Ich muss, ich muss an dieser Stelle aber auch anmerken, dass auch teilweise Manga-Fans dann vom Anime nicht viel Ahnung haben, wenn die sich halt, sag ich mal, zu 95% auf Manga konzentrieren, äh, weil, äh, wir werden gleich noch über ein Anime sprechen, das ist dann so eine super Überleitung, wo dann, äh, eine tolle Manga-Bloggerin namens Olga, Grüße gehen raus, ich mag dich sehr, dann, äh, zu dem Anime gesagt hat, der sieht ja super aus, und ich denk mir nur, meinst du, findst du, okay, äh, hier bei Chain Soldier ist es halt auch so, es gibt natürlich auch manchmal so Sachen wie Delicious in Dungeon, der natürlich nicht in diesem Format, sondern im Top-Format vorhanden ist, ähm, wo das Manga-Design etwas anders da ist, als das Anime-Design, aber beides, äh, seinen gewissen Charme hat, und, äh, dann haben wir natürlich auch immer die... Oh, ich mag den Anime aber deutlich mehr als den Manga, meine Güte, aber, oh mein Gott, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, welches Design man halt bevorzugt an der Stelle, also, ich hätte es jetzt nicht ausgemacht, also, ich glaub, man hätte das Manga-Design auch bei Delicious in Dungeon nicht so umsetzen können im Anime, also, muss man halt wissen, ob man das halt mag, ähm, ansonsten kann man hier halt sagen, ja, das CGI, ich glaub, ich hab noch nie so viele CGI-Steine herumfliegen gesehen, das war dann halt auch nur der Tropfen, der das Fass dann am Ende umgekippt hat, nicht nur im Überlaufen, sondern das Ganze umgekippt hat, ist halt schade, äh, wie gesagt, Studio Passione, vielleicht auch das Studio von, von Gushing, wir wissen nicht, ob sie es besser hätten machen können, aber schlechter wäre vielleicht auch kaum gegangen. Kommen wir zu dem, äh, Anime, den ich jetzt, äh, meine, und der hat sich auch für mich, äh, am Ende eher so, erst als Flop so wirklich rausgestellt, ähm, und zwar, The Witch and the Beast. Scheinbar muss der Manga relativ gut aussehen, weiß ich nicht, glaub ich, gibt es bei Ultraverse im Verlag, ähm, ich, also ich fand zum einen, er sah nicht wirklich gut aus, aber darüber hätte man noch so ein bisschen wegblicken können, ich fand die Story auch absolut nicht interessant, muss ich dazu sagen. Also diese Guido, die Protagonistin, die, muss man einfach sagen, halt eins zu eins eine Power-Kopie ist, nur nicht ganz so sympathisch, ähm, und, und die halt vorher da war, ne? Die halt vorher da, okay, dann ist Power vielleicht eine Adaption von ihr, aber deutlich besser geworden, besser ausgereift, ähm, also ähnlich, halt eine sehr, ich sag mal, aggressive junge Dame, die aber dann doch irgendwie gut aussieht, und, äh, in beiden Fällen sind bei den Charakteren eigentlich im Körper etwas anderes, als da hätte eigentlich sein sollen, äh, da wird dann aus dem Charakter gegriffen, das macht diese Charaktere sympathisch, wenn die sich halt eben nicht wie junge Damen benehmen, sondern halt eher wie, äh, äh, versoffene, äh, alte Männer oder so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Jedenfalls, äh, oder Rocker, ne? Das, das könnte man bezeichnen. Jedenfalls, ähm, die Story fand ich sehr schwach am Ende. Es lief immer so ein bisschen auf dasselbe hinaus, ähm, die ganze Geschichte mit, äh, wir, wir Mädels küssen uns jetzt, ist halt auch sehr, sehr wenig, wenn man da nach der ersten Folge gehofft hat, äh, dass man davon mehr sieht. Die ganze Sache mit, äh, Fanora, dieser Nekromantin, ich glaub, das war so dann zwischendurch mal so ein Arc, wo, äh, Gido nicht so im Fokus stand, ähm, sondern dann zu einer anderen Protagonistin gewechselt wurde, fand ich ganz nett, aber, und das ist das große Aber und Problem, was im Manga wahrscheinlich super funktioniert, im Anime eben nicht funktioniert, und zwar immer wieder mal Show, don't tell. und in dieser Anime haben sie so ziemlich alles erklärt, so, die Hälfte der Episode bestand irgendwie daraus irgendwas zu erklären. Ich bin das und das, das funktioniert das und das, mit der Nekromantie, mit den Zombies, die müssen gepflegt werden, und das muss gemacht werden, und das muss gemacht werden, das Dämonenschwert, das ist das und das, und das und das, und du kriegst nur erklärt, und die stehen da meistens noch rum und unterhalten sich nebenbei, und du denkst dir halt, äh, okay, passiert jetzt auch mal irgendwas, und wenn dann mal was passiert, dann bekommst du halt mit unter die schlechtesten Kampfanimationen, die ich, äh, gesehen habe, also, ein Schwert, das einfach schlägt, und zwei Sekunden später bricht dann irgendwas in zwei Teile, und du denkst dir halt, hä, warum, wie sieht das denn aus? Also, nee, also, ganz ehrlich nicht, und ich bin da auch froh, dass das auch andere Leute mitbekommen haben, und den dann eher als Flop bewertet haben, denn, ich denke, man hätte es besser machen können, das Ganze. Also, als Manga ist das wahrscheinlich fantastisch, ähm, da funktioniert ja auch, äh, tell, don't show, weil du ja sowieso lesen musst, oder so, aber hier war es einfach nur, ja, aber auch da, sollte man es auch runterfahren, also, ist ja kein Buch. Ja, das stimmt auch wieder am Ende. Äh, wie fandst du es denn? Hat es dich lange gecached? Hast du es auch gedroppt, oder wie hast du dich damit arrangiert? Also, ich fand die anfänglichen Animationen gar nicht so schlimm. Der Vorteil ist da, dass das Design echt gut ist, also, das muss man sagen, das Design kommt gut rüber, ähm, aber Nachfolge, also, sie mussten ja eine Folge sogar verschieben und danach hat man einfach gemerkt, oder auch die Folge davor hat man halt gemerkt, okay, sie bauen halt leider ziemlich ab. Also, das ist das Studio von The Kingdoms of Wurwen, deswegen, also, ah, schwierig, aber ich finde, sie haben sich eindeutig verbessert. Kingdoms of Wurwen sah schon von Anfang an so aus, wie The Witch and the Beast am Ende, aber, ähm, ich fand den Anfang gar nicht so schlimm, also, da hat man auch zum Beispiel, als Beispiel, die dieser 3D, also, die dieser High am Anfang, den hätte man auch in 3D machen können, den hat man da im Anime in 2D animiert, ähm, das fand ich ganz nett, so nach dem Motto, also, ich hatte mit dem Anfang keine Probleme, ich fand auch, äh, äh, gute Abwechslung mit der guten Fanora, die dann da reingekommen ist, ähm, aber ja, die dieser aktuelle Arc war halt so ein bisschen schade, dass man da halt auch animationstechnisch so abgebaut hat, ähm, deswegen, also, da, da muss das Studio sich so ein bisschen steigern, dass sie da dann halt, ähm, ja, durchgehend halt einfach diese Animationen liefern können, ich glaube, dann, bin ich ganz ehrlich, wird's den meisten wahrscheinlich gar nicht auffallen, also, dann, dann sind wahrscheinlich nur wir hier, die die schnopst wieder, die sagen, äh, der sieht nicht gut aus, aber die meisten würden sagen, jo, kann man sich machen, kann man sich anschauen, ist kein Juduzukaisen, aber ist auf jeden Fall machbar, aber wenn er halt dann, ähm, doch ein bisschen in, äh, den negativen Bereich geht, dann ist es so ein bisschen, so ein bisschen schade, also, ja, hätte, hätte man besser machen können, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ich würde, ich würde es persönlich so machen, schaut euch die ersten Folgen an, vielleicht, äh, bis Episode 5 oder sowas, also, bis dann dieser Wechsel wieder stattfindet, zurück zu Guido und dieser dritte Arc angestoßen wird, und wenn ihr dann damit zufrieden seid, beziehungsweise begeistert seid, dann schaut mal in den Manga rein, so würde ich das machen, ähm, weil danach, äh, wird das Ganze leider nicht mehr so schön anschaubar, aber es könnte ja auch vielleicht Leute geben, in diesem, ähm, ein Podcast, die die zuhören, die, äh, immer so sagen, ja, ich achte nicht so sehr auf Animationen, da könnt ihr dann mal bei dem das austesten, ob das bei dem dann auch am Ende des Tages der Fall ist, aber ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie dann das Studio weiter sich macht, wir haben ja bald den, den Girls Love Anime, der von diesem Studio animiert wird, aber da ist zum Glück auch ein weiteres Studio dabei, also ich hoffe, dass das Ganze dann in die Richtung geht, aber da wurde der Director gewechselt, also, ah, äh, hoffentlich geht das alles, aber darüber werden wir dann in der Vorschau auf die neue Season reden, aber Girls Love, beziehungsweise Women sollte jetzt nicht so schwierig sein, also das hat ja nicht viel mit Kämpfen zu tun, ähm, außer unten die Herzen der Mädels, aber, ja, The Witch and the Beast, äh, hätte man, äh, besser machen können. Ja, vor allem, weil wir hatten vor eins, zwei Seasons, oder sogar zwei, drei Seasons, ja, Undead Girl Murder Fast, das geht in gewisser Weise, in eine ähnliche Richtung, äh, auch mit ein bisschen Supernatural und so weiter, das war halt deutlich besser, fand ich jetzt, äh, Story-mäßig, Charaktere-mäßig, ähm, und Animationstechnik, aber das war halt auch PA Works, oder? Ne, das war nicht PA Works, oder? Doch, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist mein PA Works Anime, aber es war nicht von PA Works, da kann ich mich noch erinnern, und wir hatten, äh, in der Vorseason, glaube ich, The Clayt Cleric, vom gleichen Studio, der Animationstechnik zumindest besser aussah, als The Witch and The Beast, also, auch als Kingdom of the Roots. Labrind-Track, also ein ganz komisches Studio, das kennt Kleiner. Haben auch nichts gemacht. Ja. Fast nichts. Aber das sah gut aus zumindest. Ja. Ist ja auch gut, wenn man wenig macht, aber dafür nur gute Anime. Ich glaube, das ist ein gutes Portfolio. Dann kommen wir zu einem Jojo Fantasy Romance Anime, den ich aber auch nach Folge 1 gedroppt habe. Nicht unbedingt, weil ich ihn jetzt so schlecht fand, sondern weil ich mir gedacht habe, nach Folge 1 habe ich im Grunde alles gesehen. The Demon Prince of Momochi House. Aber scheinbar habe ich da gut getan zu droppen, weil er kam dann auch bei den meisten Leute nicht so wirklich an. Hast du ihn viel weiter gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, bis Episode 3 oder sowas gesehen. Haben wir ja schon in dem Ersteindrucks-Podcast drüber geredet. Ich bin ja normalerweise ein Jojo-Fan und ich freue mich auch auf die nächste Season mit dem ganzen Jojo-Anime, aber der war vom Design her und von den Animationen hat er mich nicht angesprochen. Und ich weiß, wir wollen uns nicht so sehr auf Animationen fokussieren. Ich habe ja erst vor kurzem ein Video gemacht, Animationen sind egal. Aber wenn halt jetzt noch ein zusätzlicher Aspekt hinzukommt, und zwar man findet ihn einfach uninteressant und keinen Charakter wirklich sympathisch, dann ist es schwierig. Dann ist es wirklich schwierig. Ich fand die Protagonistin nicht so dolle, war ganz nett, aber jetzt nicht der Rausreißer und die anderen Charaktere. Und dann dieses ganze Szenario mit sie hat irgendwie ein Haus geerbt, aber da sind schon Typen drinne und die sollen das Haus dann beschützen und man hält sich die ganze Zeit in diesem Haus auf. Ich weiß nicht, das kam irgendwie nicht so cool rüber. Also da habe ich die ganze Zeit gedacht, komm, dann schau einfach Fußbasket und fertig. Der wird dir da in der Hinsicht dann mehr gefallen, so nach dem Motto, so ein Jojo-Womans-Anime mit übernatürlichen Aspekten. Ja, war halt einfach so ein bisschen schade. Und dann eine Folge, die dann so ein bisschen bei mir das Genick gebrochen hat mit dieser Geisterfreundin, wo ich mir so gedacht habe, das wirkte wie so ein Filler-Arc, obwohl es halt, denke ich, keine Filler-Folge ist, weil dafür war sie dann doch zu wichtig. Aber ich habe mir so gedacht, äh, weiß ich nicht. Also das ist so ein Anime, wo ich da das Design halt gar nicht mochte. Und wenn dann halt noch zusätzliche Sachen dann hinzukommen, dann ist es leider für mich jetzt nicht so unbedingt was gewesen. Aber ich hoffe, dass dann die nächste Season mich wieder überzeugen kann mit den Jojo-Anime. Aber wir hatten ja Sign of Affection, deswegen das war dann auch so ein zusätzliches, zusätzlicher Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss mir jetzt nicht bei Momochie House oder der Prince of Momochie House, äh, die, die Jojo-Dosis abholen, sondern die kriege ich einen Tag später bei Design of Affection. Deswegen, also, habe ich dann darauf, nach kurzer Zeit, auch darauf verzichtet. Ja, also, wie gesagt, ich fand, die erste Folge war okay, äh, aber es hat mir im Grunde schon alles gezeigt, worauf das Ganze hinausläuft. Und du hast schon gesagt, Zeichen der Zuneigung lief schon und war jetzt auch nicht so absolut mein Favorit, aber war deutlich besser als, äh, eben Momochie House, äh, muss man leider zugeben. Äh, kommen wir zum, äh, letzten in der Flop-Kategorie. Wir haben natürlich dann noch so ein paar, äh, subjektive Meinungen zu dem einen oder anderen, aber über den müssen wir nochmal kurz sprechen, und zwar das Strongest Tank's Labyrinth Raids, a tank with a rare 9999 Resistance Skill got kicked from the Heroes Party. Ja, das ist ein sehr langer Titel, es ist übrigens kein Isekai. Und, äh, ein weiterer Anime, der sich in dieses, äh, Kicked Out, äh, Format setzt. Wir hatten ja vor, letztes Jahr Beast Tamer, äh, Banished from the Hero Party Staffel 2, ähm, kam auch in dieser Season, ähm, der hat sich jetzt hier so ein bisschen eingereiht und er war halt wirklich nicht gut, obwohl er eigentlich, äh, so ziemlich alles, äh, hat, wo er eigentlich hätte gut sein können, nämlich, äh, einen overpowerten Protagonisten und sehr viele, äh, süße Mädels um ihn herum, die in seiner Gruppe sind. Ähm, worum geht es? Äh, es geht um Ruth. Ruth, äh, hat eine kranke Schwester, die auch nochmal so eine kleinere Rolle in dieser Serie einnimmt, in die er total vernaht ist. Er ist ein Tank und, äh, diese klassischen Tanks, die mag keiner mehr, gell, man will jetzt diese Ausweichtanks haben, die gar nicht erst getroffen werden, sondern halt, äh, eher alles parieren, äh, während er halt nur den Schaden einsteckt. Er wird dann von dem Helden aus der Gruppe geworfen, weil der auch meint, ein anderer Typ in der Gruppe ist nicht cool, ich hole mir noch ein paar Mädels rein, ist halt wirklich so, und, äh, er fliegt raus, äh, die Heldengruppe macht weiter, stellt fest, ja, ohne den kommen sie gar nicht weiter, weil er war eigentlich der Overpowered, der die ganze Gruppe gecarried hat, der zieht dann wieder in sein Dorf zurück, äh, der einzige positive Charakter in dieser ganzen Serie, Nin, die heilige Nin, ähm, die, der einzige Grund ist, warum ihr das eigentlich zu Ende guckt, ähm, äh, verfolgt ihn dann und kommt dahin, also alles im Grunde wie bei Banished from the Hero Party, es gibt dann noch so eine unterschwellige Geschichte mit solchen Homunculi, die werden auch unterwegs aufgelesen in Form von Luna, das darf natürlich keiner wissen, weil keiner mag die, die Schwester wird dann mit dem Wunschstein geheilt, ach doch nicht, man braucht einen zweiten Wunschstein, um die dann komplett zu heilen, und dann erfahren wir auch noch das Geheimnis hinter den Dungeons, was komplett der Word ist, okay, vielleicht für die Gamer unter euch ganz interessant, ähm, aber ja, also es ist wirklich keine Serie, wo ihr enjoyt, also wenn ihr da sagt, hey, äh, Beast Tamer hat mir gut gefallen, ich gucke das, nein, Beast Tamer war besser, oder Kicked Out aus, äh, Dämonen, Lord Armee in meinen 30ern, war deutlich besser, also es gibt, Chilling in my 30s, Chilling in my 30s zum Beispiel, genau, also das sind alles bessere Anime, und auch die erste Staffel von Banished from the Hero Party war dann deutlich besser als das, ähm, man kann's, kann's, kann's schauen, man kann's schauen, aber man sollte halt wirklich nichts, aber auch absolut gar nichts erwarten, wie weit hast du's geschaut? Ich hab's nur in Folge 3 gesehen, und der Kampf in Folge 3, der war gar nicht so schlimm, aber ja, es ist, es ist halt so eine Serie, kann man machen, muss man nicht, also, das war wieder so ein typischer Anime, der ist, der ist extrem untergegangen, da waren auch nicht mal die Fantasy, äh, halben Isekai-Freunde begeistert, ich weiß, es ist kein Isekai-Anime, aber es fühlt sich manchmal teilweise so an, beziehungsweise die Banished-Freunde, also der ist komplett untergegangen, und dann verliert er da so ein bisschen seinen, seinen Drall, seinen, ähm, seinen Zug, dass man da dann weiterschaut, und ich hab mir auch so gedacht, ja, also nee, den kann ich auch nicht guten Gewissens empfehlen, den kann ich auch nicht solchen Leuten andrehen, also, wie gesagt, wie schon Genso gesagt hat, schaut euch Beast-Thema, schaut euch Banished-Form-Dios-Party an, die sind in der Hinsicht ein bisschen besser, ähm, oder deutlich besser teilweise, deswegen, also, man muss auch einfach sagen, und das ist ja ein Thema, was wir schon häufig angesprochen haben, eine Season hat sehr viele Anime, und wir haben ja die dann teilweise jetzt auch mit anderen Anime verglichen, beziehungsweise es kommt ja der Top-Podcast auch raus, wo man das dann auch merkt, und wenn man dann einfach jede Woche aufs Neue gute Anime sich anschaut, und dann halt dann so eine Serie, dann denkt man sich so, okay, warum schau ich mir das dann an, also, wenn sie dann nicht mal wenigstens ein Element hat, wo man sich denkt, oh, das ist ganz nett, das ist ganz süß, so nach dem Motto, darüber kann man reden, dann, ähm, ist das halt so ein bisschen schwierig, deswegen habe ich dann da auch nicht weitergeschaut, und zumindestens habe ich jetzt nichts mitbekommen, wo jetzt Leute gesagt haben, ja, der wurde besser, so nach dem Motto, ähm, im Vergleich zu einer anderen Serie, wo ich immer wieder Leute höre, die sagen, er ist besser, oder er ist super, aber, äh, ja, den können wir ja gleich nochmal kurz erwähnen. Ja, spreche ihn direkt an, ich kann eigentlich zu, äh, The Strongest Tank nicht mehr viel sagen, ähm, ihr habt gemerkt, es gibt in dieser Kategorie, es ist ja quasi schon fast ein eigenes Genre, deutlich bessere Anime, und ob ihr euch jetzt in der aktuellen Season, weil es halt in der aktuellen Season durchläuft, durch diesen Anime quält, oder ihr guckt halt den anderen Anime, die halt schon komplett auch verfügbar ist, bei Crunchyroll, also Beast Tamer ist kein Problem, hat leider auch keine deutsche Synchro bekommen, da haben sich viele Leute aufgeregt, damals, Chilling in my 30s war sehr, sehr angenehm, und, äh, die erste Staffel von Banish from the Hero Party, ihr werdet schon gleich merken, warum ich immer wieder die erste Staffel anspreche, denn, äh, Kaisen hat noch, äh, ein paar Sachen, die wir jetzt nicht in die Tops auf, äh, Flops aufgenommen haben, ja, wir sind hier im Flop-Podcast, äh, aber trotzdem noch mal erwähnenswert finden, dass sie halt dann doch nicht so dolle waren, und, äh, was, äh, hast du dir da, äh, noch rausgesucht, ja, was mit einem Engel? Und ja, The Foolish Angel Dances with the Devil, und, um es hier zu sagen, ich hab's mitbekommen, viele, einige Leute mögen den, deswegen hab ich den auch empfohlen, in meinem Video, diese Woman's Anime, musst du schauen, oder wie das heißt, oder sind mega, oder sind hammer, eins von beiden, irgendeine Variante hab ich mir da ausgesucht, deswegen hab ich gesagt, ähm, schaut da mal rein, aber es ist eine Serie, die sehr kontrovers ist, also, es gibt, also es ist wirklich kontrovers, also jetzt nicht kontrovers, Gushing of a Magical Girls, dass da die Bild-Zeitung drüber berichtet, sondern halt kontrovers, dass manche Leute den wirklich lieben, also wirklich sagen, das ist ein Top-Kandidat, ernsthaft, und andere Leute halt sagen, der ist ein Flop-Kandidat. Wir brauchen jetzt nicht nochmal aufrollen, was unser Problem ist damit, weil, was ich dann einfach nur kurz sagen will, ist, ich hab den auch nach drei Folgen oder sowas nicht mehr weitergeschaut, deswegen, Leute sagen, der Mittelteil ist so, äh, und dann wird's aber wieder richtig gut, also deswegen, ähm, aber die waren allgemein begeistert, auch von der Serie, deswegen, ihr müsst selber reinschauen, also das ist ähnlich wie ein Comedy-Anime scheinbar, wo es zumindest eine kleine, aber laute Community gibt, die den echt feiert, und vielleicht gehört er ja dann auch zu dieser Community dazu, deswegen schaut da mal rein, was ihr auf jeden Fall nicht erwarten solltet, das ist eine dominante Dame, das denkt man vielleicht durch das Manga-Cover, beim Anime-Cover wird das einem zum Glück gar nicht suggeriert, so nach dem Motto, dieses Clickbait wird gar nicht betrieben, ähm, aber wer das durch den Manga-Cover denkt, der sollte, ähm, da das nicht erwarten, deswegen, ihr müsst selber reinschauen, ihr habt ja die Möglichkeit, gibt's bei Crunchwool, also hält euch keiner davon ab, so nach dem Motto, ähm, aber ja, uns beide hat der nicht unbedingt begeistert, oder Genso? Nein, ich hab, äh, du, du hast im Vorfeld ja noch gesagt, das ist ein Genso-Anime, weil sie gerne blusht, ähm, ich fand sie mega unsympathisch, ähm, man hat auch am Anfang gemerkt, dieses Dominante liegt ihr eigentlich so gar nicht, das passt nicht zum Charakter, ähm, es ist auch eher cringe gewesen, als wirklich dominant, also da gibt's deutlich bessere, ähm, Darstellung von, von einem dominanten, äh, Alpha-Weibchen, als, als das hier gezeigt wurde, und, ähm, wie halt ein guter Freund von mir immer sagt, ja, wenn mir etwas nicht schmeckt, und ich esse das dann, weil mir irgendjemand sagt, der letzte Bissen ist dann ganz lecker, das lohnt sich dann, das nicht dann durchzuziehen, finde ich, und, ähm, ja, äh, er ist nicht so dolle, äh, dass man das unbedingt gesehen haben muss, und es hat eigentlich im Grunde auch kaum jemand darüber geredet, das darf man auch nicht vergessen, also, ich hab jetzt kaum Stimmen gehört, ja, vielleicht der eine oder andere, der gesagt hat, top, das war mein Ding, äh, Lily ist meine Waifu, oder so etwas, aber, naja, keine Ahnung, sie hat alle Attribute, dass ich sie mögen müsste, aber ich mag sie halt einfach nicht, ähm, also, ich hasse sie jetzt auch nicht, aber sie hat mich halt, äh, so null gehubt, und ich möchte auch noch auf einen Anime hinweisen, ich hab's ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die erste Staffel von Banish from the Hero Party war ganz gut, wir haben uns deshalb natürlich auf die zweite Staffel gefreut, und die war halt sehr, ja, enttäuschend, obwohl auch diese Staffel hätte eigentlich besser sein müssen mit Ruthie, die jetzt mehr spricht, mit einer fantastischen Stimme, und vielleicht auch so mit der Hoffnung, äh, auf Girls Love mit Tisse, dann wär das alles super gewesen, man hat zumindest in jeder Folge Edgy eingebaut, auch wenn man das ein bisschen zensiert hat, hätte man deutlicher darstellen können, hey, vielleicht auf einer Blu-Ray-Disc oder so, dass dann ein bisschen weniger Nebel oder Wasser oder sonst irgendwas davor ist, oder Licht, man kennt ja diese klassischen Zensuren, die Story war aber nicht nur zäh, wir haben zum einen eine Schildkröte bekommen, die an die beste Staffel von The Rising of the Shield Hero erinnert, ja, da hatten wir auch eine tolle Schildkröte, also grauenhaft, ähm, allgemein viel CGI wieder mal, und dann einen Helden, also ein neuer Held taucht in dieser Staffel auf, der unsympathischer geht's eigentlich im Kontext, gar nicht, also du hast ihn von Anfang an, du denkst dann, hey, äh, nein, ich hasse ihn noch viel mehr, und, äh, ja, die Story ist im Grunde gar nicht vorhanden, also, schade, alles, was so ein bisschen die erste Staffel ausgemacht hat, mit Red und mit Ritt, die komplett so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ähm, hat man hier fallen gelassen, für, irgendwie auf Krampf irgendwie das Ganze weiterzuführen, ähm, funktioniert nicht, irgendwie hätte die Staffel 1 das Ende sein müssen, ja, und vielleicht hätte man auch einen Film machen können, wie die beiden heiraten und glücklich werden, aber alles, was jetzt kommt, ähm, fühlt sich so ein bisschen wie, ähm, äh, wie hieß das, äh, äh, Demon King School, äh, du weißt was? Misfit of Demon King Academy. Misfit of Demon King Academy, genau, äh, wo du auch merkst in der zweiten Staffel, dass da eigentlich gar keine Story mehr vorhanden ist und das irgendwie nur gestreckt wird, um Geld zu machen und hier fühlt es sich leider für mich auch so an. Ich weiß natürlich nicht, ob es da Light Novels dafür gibt, wo es dann genauso läuft, aber das war dann schon eine große Enttäuschung. Oder hast du die zweite Staffel überhaupt gesehen? Ja, ich hab irgendwie drei Folgen geschaut und, ja, die Edgy-Szenen waren halt immer ganz nett zu posten, aber ich hab halt schon gemerkt, als dieser Held dann da angekündigt wurde, der dann auch regelmäßig vorgekommen ist, ich so, nee, ich hab keinen Bock. Also, das war halt wirklich so, als ob du in den Cute Girls Doing Cute Things Anime plötzlich irgendwie einen Terroristen reinballerst. Wo du dir so gedacht hast, nein, lass einfach, lass einfach, bleib doch bei dieser süßen Serie, bleib doch einfach bei diesen süßen beiden Charakteren, die sich einfach gefunden haben und macht vielleicht so kleine Abenteuer. Das war ja ganz nett, so nach dem Motto, jetzt irgendwie, sie müssen dann Monster besiegen. Klar, die Schildkröte war nicht doll animiert, aber sie müssen noch Monster besiegen, um dann halt zu den, zu irgendwelchen Steinleuten zu gehen und dann irgendwie einen Ring zu bekommen oder das Material für einen Ring. War ja von der Idee ganz nett, mach das doch, so nach dem Motto. Klar, ich weiß, am Ende würde wahrscheinlich dann ich wiederum sagen, ja, es hat so ein bisschen die große Story gefehlt, aber dann halt sowas zu erzwingen mit so einem unsympathischen Dude, der halt einfach unsympathisch ist, weil er halt unsympathisch sein soll. Das ist halt dann doof. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich behalte mir die Serie positiv in Erinnerung und werde dann immer sagen, Ben is from the Heroes Party, Staffel 1 kann man empfehlen. Danach kann man meiner Meinung nach es lassen. Ja, also wie gesagt, die Girls-Lach-Variante wäre in der Staffel 2 deutlich besser geworden und schaut euch das Opening an. Ihr werdet merken, worauf ich da hinaus möchte, denn es läuft eigentlich im Grunde im Opening alles so ein bisschen darauf hin, dass Ruthie und Tisse jetzt da doch ein bisschen näher anwendeln, was vielleicht noch gepasst hätte, aber nein, keine Ahnung, dieser Held völlig unerträglich, er ist auch ein kompletter Demlack, muss man dazu sagen, also nicht in geringster Weise sympathisch. Und damit haben wir auch die Flops durchgesprochen für diese Season. Also, wenn ihr sie noch nicht angefangen habt, seid ihr vielleicht jetzt vorgewarnt, wenn ihr sie noch anfangen wollt. Ansonsten könnt ihr es auch lassen und konzentriert euch eher auf die Anime, die wir euch im Top-Format vorstellen und dann werden wir euch natürlich auch bald die Vorschau zur Spring-Season 2024 bringen und die verspricht ja ein Highlight zu werden. Willst du auch vielleicht sagen, was für dich die größte Enttäuschung war oder was für dich so der negativste Punkt in diesen drei Monaten der Winter-Season war? Muss ja nicht unbedingt mit einem speziellen Anime zu tun haben. Vielleicht so als Abschluss. Also, ich muss vielleicht noch ein Anime-Geme kurz erwähnen, einfach nur, weil es mir gerade in den letzten Folgen aufgefallen ist, und zwar Bujigiri. Ich mag den eigentlich, der hat manchmal echt Highlight-Folgen, also wo man sich so denkt, what da? Also die sind wirklich ziemlich krass gewesen. Also Episode 6 war hammer animiert und der Moment, da ist sogar ein sehr unsympathischer Charakter, die gute Mahouro, hatte plötzlich ihren lichten Moment und man so gedacht hat, oh mein Gott, ist ja fantastisch dieser Moment gewesen. Also der war einer meiner Highlights als aus der ganzen Season. Aber dieser Anime ist die ganze Zeit so bedrückend. Und das setzt einen echt zu. Ich so, Mann ey, mach den doch weniger depressiv, Alter. Mach doch, dass die Charaktere sich regelmäßig ihre Klamotten ausziehen, ein bisschen halb Boys-Love-Anspielungen sind, so ein bisschen wie Fui. Und dann kannst du ja immer noch Drama zwischen ein paar Charakteren machen, auf jeden Fall. Aber, boah, also, der setzt einen echt mit so emotionalen Sachen zu, wo man sich so denkt, Mann ey, also, das passt auch irgendwie so hundertprozentig in diese Serie nicht rein. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht eher was für die Damen. Kommt ja vom Skate-Schöpfer, Skate der Infinity. Aber, äh, ja, ich weiß auch nicht. Hat, hat mir dann doch jetzt ein bisschen zugesetzt. Ähm, aber ich werde jetzt auch noch durchziehen, die letzten Folgen. Ähm, aber, ja, das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Aber sonst, äh, bin ich eigentlich trotz der Flops mit der Season zufrieden und freue mich, mit dir dann die Frühlingsseason zu besprechen bald. Ja, also, wir haben ja pro Season 50 Anime, da ist das nicht so schlimm, wenn 10 Stück nicht so gut sind. Man hat ja immer noch, äh, mindestens 20, die mittelmäßig sind und vielleicht 20, die vielleicht auch, äh, in Top-Format sind. Bushigiri, ich hab das, äh, frühzeitig abgebrochen. Ich glaube, den hat man auch nur angefangen, weil es halt ein Mappa-Studio-Anime war. Ähm, ich fand das zu... Ich bin, ich bin nämlich sehr, sehr gespannt auf die nächste Season, ob Mappa genau das gleiche Effekt haben wird, weil es ist nämlich ein Baseball-Anime, der nächste Anime von Mappa. Ja, stimmt, ja. Und das wird... Also, wenn, also, wenn, wenn gewisse YouTuber den auch aufs Thumbnail packen, also, dann war, dann ist es wirklich nur wegen Mappa. Also, dann kannst du mir nicht erzählen, dass man da wirklich erwartet, dass der jetzt der große Halbtitel wird, sondern einfach nur wegen Mappa. Aber es ist ja in Ordnung, ist ja, ist ja, also, ich hätte, ich fände es schön, wenn dadurch vielleicht ein Sport-Anime, ein Baseball-Anime, mal so eine Sportart, die in Deutschland nicht so beliebt ist, beliebter wird, wäre nicht verkehrt. Aber, also, ich glaube, der wird nie nicht so viele Leute schauen, aber wir werden es sehen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir darüber dann reden. Nee. Also, am Ende war Bushigiri. Ich habe, glaube ich, zwei Folgen gesehen. Es war mir zu durchgeknallt und für Samstags, da mache ich gerne noch mal ein Schläfchen mittags nach dem Fitnessstudio und den Saunagängen. Von daher, konnte ich den auch dann gut und gerne überspringen. Und ich denke mir halt, was ich so in den ersten Folgen gesehen habe, das hat halt gewisse Ähnlichkeiten zu Windbreaker, der nächste Season kommt von Cloverworks. Und, Windbreaker hat mir dann von der Story her, weil es auch ein bisschen, ich sage mal, realistischer ist, aber in Anführungszeichen natürlich realistischer, dann doch deutlich mehr gecatcht. Da bin ich mal gespannt, wie der nächste Season sich entwickeln wird. Aber, ihr könnt uns jetzt gerne natürlich in die Kommentare schreiben, was waren für euch die größten Enttäuschungen in dieser Season. Vielleicht stimmt ihr ja auch gar nicht mit uns überein und mit unseren Communities, dass ihr sagt, hey, der Foolish Angel wird der Devil, gut, er war jetzt kein offizieller Flop bei uns, war dann doch ganz toll oder Demon Slave hat mich komplett abgeholt. Das war der beste Edgy-Anime aller Zeiten, aber auch nur, weil ich noch nie einen anderen Edgy-Anime in meinem ganzen Leben gesehen habe. Sowas zum Beispiel wollen wir gerne... Gänse oder nicht die Zuschauer hier flaggen, das geht aber gar nicht. Sowas wollen wir halt in den Kommentaren von eurem Feedback lesen. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Schaut gerne auch auf dem Kanal von Kaizen vorbei. Ich bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast, um mal über die schlechten Anime in dieser Season zu sprechen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme und tolle Zeit. Schaut ein paar tolle Anime, denn man braucht keine Zeit mit schlechten zu verschwenden. Dazu zwingt euch keiner. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Und die letzten Worte von Kaizen. Genau, aber es kann auch spaßig sein, in eine schlechte Anime reinzuschauen, je nachdem, was ihr für einen Geschmack habt, ob ihr so ein bisschen masochistisch unterwegs seid. Aber ja, macht mal, was ihr wollt, so nach dem Motto, das ist unsere Meinung einfach nur. Und ich freue mich schon auf die nächste Season, wo wir uns dann wiedersehen. Deswegen auch hier gesagt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dann werdet ihr den nächsten Podcast nicht verpaschen. Bis zum nächsten Mal.